Ja, jetzt sind wir mit die Super-Nanny. An! Hund! Greif das Vieh an! Wo rennst du denn hin, du fettes Stück Scheiße, Mann! Guck mal, wer jetzt angreift, wo ich raus bin, etwa. Schön 30 HP verloren. Nein! Ah! Geh weg! Geh weg, du Vieh! Ich hab Angst vor dir! Oh mein Gott, den ganzen Weg in diesem Dschungel fritzen, fuckscheiß, zurücklatschen, ey. Habe ich da Lust drauf? Ja, habe ich. Muss ich. Ich esse erst mal ein Stück. Erst wenn man schmatzt, schmeckt es richtig gut. Lune, erreicht Level 12, juhu! Nein, ah! Geh weg, sterben! Froschkönig! Hui, hui, hui! Froschli! Oh, fuck! Froschli ist auf Doom, die greifen mich an, das zerstören mein Leben, meine Existenz. Nein, ich bin falsch gelaufen. Aue! Hoch, 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 hoch! Über die Brücke! Oh, Mother, who's in Fall, oh, my! Oh, yeah! Das war jetzt Nightwish. Ah! Jemand, der es erkennt. Wunderbar. Ah, gewickt! Sicher, Mann. Nightwish ist cool. Nightwish hat echt schön... Boah, ich hab mich schon wieder verlaufen. Nightwish hat echt schöne Leder rausgebracht. Nicht alle gefallen mir, aber wirklich viele. Einige, manchmal. Ein wenig. Ab und zu des öfteren Mal. Ein bisschen. Und Angriff Level 3! Ich hab große Phälen von dieser Band. Oh, oh, oh. Jetzt aber nicht mehr. Warum hier? Seid ihr neuer Sängerin? Weil ich die neue Sängerin nicht so mag. Hm. Ich hörte, Amaranth war noch okay. Die Rest geh'n ich nicht so. Aber der Stil ist wirklich anders geworden. Durch... Ah, was denn Säng... Oh. Was jetzt? Ich hab mich dreifach verlaufen. Guck mal, hier geht's nicht weiter. Doch, ach, da. Ich bin vielleicht auch ne fette Quale, ey. Ihr hört... Oh, ich hab mich absolut verlaufen. Ich bin ja sowas von falsch. Oh, jetzt... Lauf, Junge. Lauf, lauuf. Lauuuf. Lauf, Forrest, lauuf. Lauf, Forrest, lauuf. Hoppala. Scheiße. Der war auch nicht geplant, es sollte ein Lied werden. Ist ein bisschen daneben gegangen. Ja, total. Absolut. Muss an meinem Gesang noch fallen. Aber erst mal... Oh, ist das lecker. Schön warm und cremig. Lecker, Hähnchen, Cordon Bleu. Ah, da bist du der Weh. Du musst dich ja in einen Pfefferschutter haben. Stimmt. Pfeffer halten. Möchtest du dich etwas ausruhen? Ja, warum nicht? Ich hab jetzt eine Pfefferschutter. Eine einzige Pfefferschutter halten. Den ganzen Weg für eine Pfefferschutter, die ich gleich wieder eintauschen kann. Tausend Bälle hin und her rennen for the win, oder was? Ein Moment, bitte. Gute Morgen, Kleine. Möchtest du dich, Bischof, bei dir sehen? Das ist eine gute Idee. Gute. Auf, weil wir wieder sehen. Hat er nicht noch was anderes, außer eine Pfefferschutter? Komm her. Nein. Nein. Der ganze Weg für eine Pfefferschute. So ein Scheiß, ohne Witz, ey. Oh. Wie ein Hähnchen Cordon Bleu warm, extrem satt machen kann. Bon Amour. Ja. Kenn ich irgendwo hin. Ich bin jetzt extrem gesättigt. Alter, geh, Alter. Geh mir aus dem Licht. Ich möchte mich bräunen. Ich brauche Sonne. Geh mir aus dem Licht. Sonst werde ich nicht braunen. der Hund ist so hässlich der Hund ist toll der Windhund ist aber der geilste von allen der kommt später leider erst aber der ist so schön war mein Lieblingshund von allen ja meiner auch obwohl der Pudel war auch schon geil ja genau oder der Toaster und ist auch geil auf jeden Fall was ich auch grad sagen ey raus aus meinem Hirn nein das ist schön warm ja ja ich mach's gleich kalt mein Lieblingshund ist ja an der wichtigen Stelle für 30 Kranians übernachten so geil erst mal einen Schluck trinken Korn wie der steht denn aufpasst und die ganze Zeit rumlatscht ey mit seiner Fußtapsten kann ich nicht schlafen du bist zu laut junger Herr vor allem noch mit diesem fetten Knochen da in der Pfote guter Schlafen dann raus hier ich will speichern das ist eine gute Idee du neee auf wiedersehen mon ami ja ah stirb stirb ihr länder unhold unhold ein bösartiges Vieh verfolgt mich ja oh mein Gott dieses ganze gelatsche ey oh ich hab mich schon für 30 Millionen Parts aufgenommen und es ist nichts passiert Leute oh mon ami ihr langweilt euch sicherlich unser Gelaber ist so episch äh es gibt eigentlich nichts zum langweilen scheiße jetzt schlägt der Käse durch ich glaube ich muss gleich auf Klo sehr interessant bestimmt aber scheiß drauf es hat jeden interessiert auf jeden Fall ah ja klar ja hallo ich meine es ist ich bin ich bin ich bin wichtig und so es interessiert die Leute was ich in meinem Körper so abspielt Aweee lasst ihr mich durch ich bin wichtig mon ami nein da weiß ich das weiß es jeder der Luna muss auch aufs Klo auch bei Luna muss man aufs Toilette und da kommst du meides raus glaubt mir was hoffe ich bewege ich dich und dann darf ich wieder zurücklatschen 100%ig ey Mannami stirb Aweee Elenes Mistvieh Stirb Patsango Rams Rams Ramsengen 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 Wie kommt man denn da hin bitte oh man ich hallo äh hallo hallo hä bitte was bitte was bitte was ah jetzt ich muss sprinten um da rauszukommen was ein scheiß lassen sie mich durch ich möchte Wasser mit einem Vulkan Wasser alles klar alles voll alles voll damit ja hallo das ist logisch verstehst du das nicht im Vulkan klar die Leute wollen sich auch immer einen Tee kochen hier auch im Vulkan brauchen die Menschen was zu trinken Tee und so ja die Menschen und waschen ist klar ja hallo vielleicht ist das ja auch Speichel bla von diesen komischen ekligen Viechern hier in the pink of doom at night dot com ha nein der Allianz nein hau mich nicht ich hau zurück weg stirb 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 ei 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 aue pst so vielleicht gehts ja hier ich hoffe das Pfeffer drin du hast genug Blätter hm schön heißt das ich darf jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen für ein Blatt ich glaube nicht oder du meinst Pfeffer äh für einen Pfeffer ja was genug Blätter ich hab mich jetzt geheilt mit ach nee war Blätter der Hund ist unwichtig der braucht nicht geheilt werden zack so Blatt gefunden ey das kann ja jetzt nicht wahr sein das kann doch ach wie fies du zu dem Hund bist da ist er der treuster Gefährte obwohl hier gehts auch lang ach sehnt so dumm aber hier bringt das nichts man kann da hochgehen aber es gibt dort nichts mon ami ich möchte einen Blatt äh Pfeffer Pfeffer schweigt darin Pfeffer ey das kann doch jetzt nicht wahr sein ohne scheiß ich hab keinen Bock den ganzen Weg jetzt zurück zu latschen ich glaub in diesem Fall cut ich aber echt mal ja weil das ist sonst zu langweilig für die Leute zum zuschauen zwei Milliarden Parts zu sehen wo ich immer nur in den Terrat schaue und mir Pfeffer zu holen und mir Pfeffer zu holen hm guter Deutsch ist perfekt das ist ja kein Geheimweg man oder hier irgendwie lang vielleicht hätte ich doch das bewegen müssen dass ich da lang kann ich hab keine Ahnung ey vor allem die meinten den ganzen Pfeffer aufbrauchen ja 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 ey ich guck jetzt mal die Anleitung muss ich gleich den ganzen Weg zurück latschen Glauben Hölle ist genau richtig geöffnet für ein junger Abenteuer Heiße Hölle bla Abenteuerlust bla ausreizbar können sich Kerbe befinden äääh optimal ausrüsten das nicht die Vase wieder versperrt euch so ein monströer da fast Brüggenweg hoffentlich habt ihr eure Telekines aber nicht zu oft angewendet sonst könnte es sein dass euch hier schon der Pfeffer ausgegibt man hat noch eine Schote Entwickler Warum verarscht ihr uns so?